Hi, hi, hi Leute, hier ist Sven Jackson. Heute besiegen wir den Pagini Hurari. Also, ein richtig gutes Auto ist auf der Rangliste auf Platz 2. Wir fahren den Bugatti Viron richtig hochgelevelt, natürlich. Und wir haben einen Mithörer. Ja, der Johnny. Guten Tag. Genau, der zockt währenddessen sein Battlefield Heroes. Und ich versuche, dieses Auto zu schlagen, was recht schwer wird. Läuft es jetzt echt gut. Ach, du musst gegen den Spielen, das du hier bekommst. Ja, genau, genau. So läuft es da. Also, in so einer Geschwindigkeit hat man echt keine Chance mehr über... ...über den Wagen. Okay, jetzt kommen von allen Seiten alle zwei Autos. Auch nicht schlecht. Das Lustige ist, der Gegner, wenn der durch Stacheldraht, also besser gesagt Spikes fährt, hat der keinen Plan. Ja, ne? Das ist echt lustig. Ich muss erst mal ein paar Sekunden warten, bis meine Reifen wieder repariert sind. Also, das ist echt scheiße. Da ist auch noch Polizei bei dem Rennen, oder was? Ja, ja. Und hält die auch den auf? Ja, sagen wir so, ja, sieben, acht. Aber am meisten hält es eigentlich mich auf. Okay, das ist wahrscheinlich mit der Absicht zu... Doch! Echt keine Kontrolle. Wo ist er denn? Okay, auf der Autobahn bin ich besser, weil ich habe mehr PS. Ich habe 1200 PS und er ist mehr beschleunigter besser. Also, das ist ein kurzer Bug, muss auch mal sein. Hey, wir haben sogar eine Abkürzung genommen. Und gewonnen. Wow. Das ging einfacher, als ich dachte. So schnell? Zwei Minuten und 18 Sekunden. Ha. Oh, lol. Und jetzt brauche ich nicht mal viel Geld und dann habe ich das beste Auto bald freigeschalten. Ja, sagen wir es mal so, ich habe jetzt in der kurzen Zeit auch meinen Bugatti ziemlich schnell hochgelevelt. Also, ich habe ein langes Getriebe drin. Ähm, äh, Nitro, Nitro-Schutzrohr. Ach. Nervt nicht. Also, Nitro, Nitro, ähm. Schub. Und. Was habe ich denn eigentlich noch? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, Prallschutz. Prallschutz-Karosserie. Naja, auf jeden Fall ziemlich viele Extras mit drin. So. Sie haben mich verloren. Da muss ich mal aufpassen, dass sie mich nicht finden. So. Genau, das war ein kurzes Rennen von mir. Wow. Das, ja. Das ging wirklich im... Ja. Machen wir mal kurz den vor mir noch fertig. Ja. Und der ist... K.O. Jetzt sind wir in Easy Drive verfügbar. Das ist nicht schlecht. Also Leute, haut rein und ich hau... Ich hau... Ganz... Play-German. Ciao.